Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutschela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg alle Fünfe und für diese Achievement müssen wir Händlerin Xiexa auf der anderen Seite auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem wir alle fünf Kugeln eingesammelt haben, die über ihr schweben. Und wie funktioniert das Ganze? Wir haben oben in der Luft Kugeln und da sollten wir uns am besten schon mal so positionieren, dass wir, wenn wir hier in diese Flächen reinlaufen und nach oben geschleudert werden, dementsprechend diese Kugeln einsammeln können. Das müssen wir insgesamt fünfmal machen, also da arbeitet die komplette Gruppe zusammen. Das müsst ihr nicht einzeln machen, sondern die komplette Gruppe kann diese Kugeln einsammeln. Wichtig ist zu wissen, ihr habt ja noch die normalen Mechanics, also dass ein Spieler hochgehen muss, wenn er einen Debuff hat, beziehungsweise wenn sie unten, wie jetzt gerade hier den AE macht, dass ihr dann nach oben müsst. Heißt, ihr schaut in den Himmel, wo sind die Kugeln. Dort stellt ihr euch unten hin und dann, wenn die jeweiligen Mechanics kommen, heißt, wenn alle nach oben müssen, wegen dem AE unten, lasst ihr euch dann hochkicken. Wenn ihr euch vorher schon hochkicken lasst, dann fresst ihr halt unten den AE. Mit besserem Gier ist das nicht das Problem, aber man kann es einfach hier relativ easy lösen, indem man sich halt vorher schon mal anschaut, okay, wo sind die Kugeln und erst dann hochschleudert, wenn sie quasi unten in der AE macht und da reicht eigentlich die Zeit locker. Ja, das ist eigentlich alles, was ich euch zu den Betrieffeln sagen kann und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Mich hätte es gefreut, dass ihr wollt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.